Zurück zu DSDS, Beatrice Igli freut sich auf den Jurorenjob Beatrice Igli, 1935, kehrt zurück zu ihren Wurzeln 2013 siegte die Schweizerin als erste Schlagersängerin bei DSDS Seitdem hat sich ihre Karriere raketenmäßig entwickelt und heute ist sie aus der deutschen Musikbranche nicht mehr wegzudenken In der kommenden Staffel geht die Sängerin zurück zu den Wurzeln ihrer Karriere und wird neben Dieter Bohlen, 1969, Pietro Lombardi, 1931 und Loredana Zifi, 2028, in der Jury der Castingshow sitzen Auf diese Herausforderung freut sich Beatrice Riesig Breaking News Zehn Jahre nachdem ich DSDS gewonnen habe, kehre ich zurück zu meinem Ursprung und zwar als Jurorin, bestätigt sie ihren Fans auf Instagram Beatrice kann die neue Staffel gar nicht erwarten, ich freue mich riesig auf wunderbare Begegnungen und großartige Stimmen, die uns begeistern werden Ich bin sehr gespannt und neugierig auf dieses neue Abenteuer Für die Musikerin fühle sich die Rückkehr zu DSDS jetzt schon an wie Heinkommen Beatrices Fans sind jedenfalls begeistert von diesen Neuigkeiten Was für eine tolle Überraschung, ich freue mich sehr Endlich lohnt sich DSDS wieder zu schauen, ich freue mich riesig für dich Oder du wirst auch als Jurorin einen super Job machen, schwärmen sie Doch es gibt auch negative Stimmen Warum tust du dir das an? DSDS ist ausgelutscht, meint eine Followerin Drei Drei Untertitelung des ZDF für funk, 2017